Schiene, wo waren wir? Aufnahme läuft? Ja, ja, Aufnahme läuft! Wo lang wollt ihr fahren? Follow me Tanks? Wir fahren jetzt doch nicht über Berg. Doch. Ah doch, ich komm. Hallo, ich schon. Ich muss nicht so schnell. Kleine Kanone, nicht angepinselt. Ja, ja, der 127 ist eine Kratflink. Oder noch hässlich. Aber ein lustiger kleiner Panzer. Nicht schön. Bringt nicht viel, aber... Ich bin Top Tier. Warum bin ich Top Tier? Hm. Er war jetzt ja die dickste Wummer dabei hast. Diese Panzer, ey, na... Oh! Alter, wo fliegt der rein? Was ist das denn? Der BT-7? Ist er wirklich neuer? Alter, der hat nur 6 Schaden gemacht. Der ist gerade rumgehopst, ey. Das sah gerade aus. Ich wollte ja gerade Gold laden, aber... Geil. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich da überhaupt Gold drin hatte. Das sah gerade aus, ey. Voll krass. Ach so, ja, weil ich jetzt eigentlich ständig in Gefecht gekommen bin mit seinen dicken Jäger-Tanks, wo ich auch nicht durchkam. Hilfe, 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 Hilfe. Das habe ich so gefrustet, dass ich beschlossen habe, sogar in den Popel-Panzer-Goldmoon reinzuladen. Äh, irgendwie haben wir ein Wespen-Nest hier gefunden, oder? Ich glaube, die meinten, das ist das Begegnungsgefecht, oder so, oder? Da die alle hier in die Mitte reinfahren. Jaja, das kann sein. WALENTINE! Ach, du hast doch eine zu fasse mit dieser Popel-Kanone. Ach, jetzt weiß ich wieder, warum ich Gold drin hatte. Das macht doch nicht echt ein 3A auf... Ey, jetzt langs mal, aber ich lass mich schnell vom 3A jagen. Das hat ja alles mal eine Grenze. Ach, doch Gold. Ist mir das gerade scheißegal. Nix vom Berg oben? Ähm, im Berg ist was? Irgendwas vom Berg oben, ja. Keine Ahnung, sehe ich nicht. Ich hab von oben, kam, Sprechung bekommen. Da ist ein Jäger, ist gerade tot. Da fährt einer auf den Berg, ah, guck hier, da ist der Medium. Ein Medium. Der Übersichtliche Dinger aufnehmen kann. Ich möchte es einmal halb durch. So verschwinden, um Gold zu ballern, nee, mach ich nicht. Er sieht mich. Komm ich halt nicht durch, drauf geschissen. Also mehrere, okay. Aber ich werd ja hier anfangen, Goldmood zu verbrechen auf dem T-Level. Ohhhh. Schaum nicht durch. Ich hab Klug schon das Ganze zerstört. Ja, der, ja, der lustige Typ dachte, er könnte mich kaputt rammen. Ich glaub, der hat noch keinen 127 erlebt, den kleinen Würfel. Was mich das jetzt gekostet hätte, wenn ich jetzt mit Gold rumgeballert hätte. Hahaha. Aber das gerade eben hat mich echt geärgert, dass ich bei dem 3a nicht durchkomme. Ja, das ist in dem Tier ganz gern mal. Entweder weil sie es nicht könne, oder weil sie, keine Ahnung, den anderen hässlich finde. Teamkill. Für einen Schläger hab ich denn vor allem. Ach, geht ja. Wird gar nicht so oft getroffen, ich dachte. Mach mir jetzt auf Cap Noob. Ja, von mir aus. Ja, ich sag schon mal, überleben das, Thomas. Bitte? Ja, ich sag schon mal, du überlebst das. Wie denn? Zwei gegen einen, wo ich sag, soll ich das bitte nicht überleben? Wenn das ein Panzer wäre, wo es mal viel Abpraller gibt, okay, aber... Ach, das ist nett. Einer hat mich, weil daslamt. Ich sag sie wieder an.